Hallo? Hallo? Tigger. Tobi? Ich wusste gar nicht, dass ich hier sein kann. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Tobi? Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Format. Es ist 19 Uhr und unser neues Format besteht aus... Was ist das? Was? Wieso hat die eine Kippe im Ma... Ich? Ich? Äh, wir machen... Meine Damen und Herren, heute habt ihr die Möglichkeit die Möglichkeit, finanzielle Freiheit zu erreichen. Denn nur heute habt ihr die Möglichkeit, mit mir gemeinsam unabhängig zu werden. Herzlich willkommen zu meinem neuen Format Donate Dich Reich. Ihr könnt mir nun Spenden schicken. Sollte ich bei eurer Spende lachen, kriegt ihr das Doppelte. Nein, das Doppelte sogar. Von mir zurückerstattet auf Facebook. Paypal. Und solltet ihr nicht mich zum Lachen bekommen, dann werde ich eure Spende weiterleiten an eine gemeinnützige Organisation meiner Wahl. Und nun gebt mir ein paar Videos und bringt mich zum Lachen. Jeder Euro zählt und euch ins Knie. Tobi, du kannst dir das zum Beispiel jetzt mal machen. Wir stellen das jetzt einmal vor, okay? Tobi, ich zwinge dich jetzt, dass mein Mitarbeiter mir kurz Geld zu spenden, oder? Ach so. Ja, ja, genau. So, das Geld müsste ja theoretisch... Oh my God. Get out of the way. Ach du Scheiße, was war das jetzt? Alles. Sehr gut. D-King hat mir hier gerade schon 10 Euro Donate. Hier haben wir eine 10er Donation von D-King und ich würde sagen, let's go. D-King, das ging wohl nach hinten los. Gelacht habe ich an der Stelle nicht. Danke für den 10er D-King. Das gebe ich dann jetzt einfach weiter an eine gemeinnützige Organisation meiner Art. Bro, warum höre ich mich an, als würde ich gerade im Glaskontainer sitzen? Ah ja, du wirst lachen müssen. Kevin mit einem Fünfer. Let's go. Ich habe nicht gelacht. Ich bin nur kurz aggressiv geworden. Ascation gibt auch nochmal einen Fünfer rein. 5 Euro wieder. Alter, das ist nicht lustig. Wieso finde ich sowas lustig? Du hast jetzt eine Szene gemacht. Glückwunsch, Tobi. Oh my God. Okay. Sailplace kommt mit 50 Euro um die Ecke. Go. Erstmal den Clip von meinem Mod hier. Bitte schau dir das an. Okay, let's go. Ja, muss ich leider sagen. Nee, hat mich jetzt nicht abgeholt. Ich habe ein bisschen Sorge, weil Sailplace ist hier mit einem 50er reingegangen, Digga. I've got great news! My sister's having a baby! So nice. I'm gonna be a dad! I'm gonna be a dad! Hey! Sven, das war nicht Big Stonks an der Stelle, Sven. Den behalte ich. Tobi, war das Lachen? Tobi, war das ein Lachen? Tobi! Ich bin der Gebliebte! Warum hört ich mich so ein Scheiß? Ey! Okay, Niklas, die 20 Euro stehen dir zu, auf jeden Fall. Also, bis jetzt hast eigentlich nur du gelacht, äh, du und Niklas. Das sind meine Mitarbeiter, die kriegen gar nichts von mir. Raus, raste an der Mautstation. Idel, Tod, Tag, sechs, fertig und lachen. Es ist auch so weit weg, wie soll ich noch rankommen immer? Ja, halt schmau da hinten! Jetzt, Mann. Scheiße! Scheiße! Oh, oh, oh! Okay, Digga, da musst du mich gerade geisteskrank zurückhalten. Als redet man hier gerade den hier, er schreit so rum und dann diese italienische Stimme. Scheiße! Und dann diese Stimme da draußen. Hoi, Junge! Starker, 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 starker. Okay, Dreidex, was haben wir hier? Let's go! Mr. Best! Mr. Best in Longer Ball! Longer Ball! Longer Ball! Longer Ball! Longer Ball! Longer Ball! Was ist das für ein Video? Du B***er! Steck dir deine 4 Euro sonst wohin, du B***er! Blueberry! 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 HTC! Blueberry! Blueberry! Motorola! Blueberry! Blueberry! Hawaii! Beat Nox, was haben wir hier? Okay, Instinkt mit einem Fünfer mal wieder. Niklas, was soll das? Wie sollst du dafür 5 Euro donatet? Was ist das für eine Sch***e? Kielin mit einem Zehner und schreibt Lach. Oh mein Gott, Leute, ich habe einen Jusen-Werld gefunden. Ich dachte, dass wir Menschen, um... Dafür gibst du ein Zehner aus, Bro. Du musst deine Steaks mal ein bisschen höher putten, Bro. Das war ja wirklich mal ein kompletter Schuss in den Ofen, Alter. Die Steaks mal ein bisschen höher putten, Bro. Die Steaks mal ein bisschen höher. Die Steaks mal ein bisschen höher. Ich bin ja, wo ist das für eine Sch***e? Boer! Potenzial auf 2 Euro. All right, we're gonna try this here whoosh bottle. Yo! Yo! What the fuck? Hello everyone, this is your daily dose of internet. This student asked the teacher a question, but accidentally had a voice changer on, and forgot to turn it off. Okay, any questions before I go on from here? Great! Okay, Glückwunsch zu einem Euro-Profit, Bro. Okay, I will not laugh. What would you do, if there was a child right in front of you? If you laughed... Oh, Junge. Nein, das war das von Sven, oder? 100 Euro! Sven, du dreckiger Hund! Du dreckiger Hund! Oh, Bro! Digga, der hat ein Hunderter-Plus gemacht! Was für ein Wicker! Luca, mit einem 3-Euro-TikTok-Link. Oh nein, das geht ganz so hin. Chat bitte nicht. Huh? What is that in the sky? Is that an airplane? I am really lucky to have survived the bomb in Hiroshima. Dieser Sound... Ahahahahaha! Wenn ich mir überlegt habe, Luca, Digga, du hast 3 Euro-Profit gemacht. Glückwunsch, Mann! Oh! Close one! Close one! 15 Euro verloren, aber das brauche ich noch für die Genugtuung. Was ist das? You've got tomato! Einfach unnussig, lol. Olive Blumkopf, 66. Digga, ich hätte gerade wirklich fast gelacht. Wieso lache ich bei so... Jo, Bison, wake up! 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 Mein Bruder freut sich sehr, Digga! Mein Bruder freut sich sehr! War das mein Bruder wirklich? War das mein Bruder? Digga, du kriegst keine 2 Euro von mir. Du kannst dich gar gar nicht von Jo Biden! Jo, Bison! Du kriegst gar nicht von mir! Hier ist einfach ein Typ! Ja... Das ist nicht dein Ernst. Dem gebe ich auf jeden Fall die 6 Euro. Der hat 3 Euro donated. Und wisst ihr, was er mir geschickt hat? Der hat mir einfach einen Videolink. Der hat mir einen Dateifad von seinem PC geschickt als Link. Dahinter steht, dahinter steht, das ist lustig mit zwei Ausrufezeichen. Was für ein Trottel. Tobi, hast du eine Übersicht, wo wir gerade stehen? Donated wurden insgesamt 350 Euro. Ja. Und zurückzahlen musst du 12, 14, 17, 80 Euro. 80 Euro. Hey, muss ich nicht an Sven 100 allein zurückzuweisen? 50 hat er, also. Ja, das Doppelte. Stimmt, dann hast du 160 Euro. Aua, ich bin dumm. 160 Euro sind es an der Stelle, das heißt, wir haben 140 Euro Profit gemacht, richtig? Dann machen wir einfach 200 Euro für den guten Zweck. Das war's von diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, das machen wir gerne wieder. Let's go. Bis zum nächsten Mal.